Eine gut gepflegte 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Krefeldstadtmitte. Die Wohnung wurde 2000 erbaut und wird über eine Gasetagenheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 77 m² beläuft sich die Kaltmitte dieser Dachgeschoss-Wohnung auf 425 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.